. Unter unseren Fakten-Akten wurde immer wieder der Wunsch geäußert, ein entsprechendes Video über die Silbermine zu produzieren. Am 19. August 2020 haben wir ihr deswegen einen Punkt in unserem Video 5 Fakten über die Westernstadt Silver City eingeräumt. Allerdings habt ihr definitiv recht, sie hat einen eigenen Part verdient. Aus diesem Grund präsentieren wir euch heute auf vielfachen Wunsch 5 Fakten über die Silbermine. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Punkt 1. Planung. Die Silbermine wurde im Jahr 1984 eröffnet. Ihre Geschichte beginnt jedoch schon 10 Jahre vorher, da die Attraktion bereits beim Bau von Silver City Bestandteil der Planungen gewesen ist. Erkennen kann man das an diesem alten Bild, auf dem sowohl ein Aufgang als auch ein Abgang zu sehen ist. Genau diese Stellen wurden später zu Auffahrt und Abfahrt der Silbermine. Die Themenfahrt wurde bereits in den 70er Jahren offiziell angekündigt, und zwar in den damaligen Parkplänen. Erwähnenswert ist jedoch, dass der ursprüngliche Name Goldmine sein sollte. Das Fundament für die Silbermine wurde im Jahr 1978 gegossen, anschließend wurde allerdings erst einmal Chinatown gebaut. Die Kosten für die Silbermine betrugen ungefähr 11 Millionen DM. Am Bau der Silbermine waren vor allem zwei Firmen beteiligt. Das Endloszugssystem, das eine Kapazität von bis zu 3700 Personen pro Stunde erlaubte, stammte von der Firma Schwarzkopf, die bereits für die Gondelbahn, den Phantasialandjet und die beiden Bobbahnen verantwortlich gewesen ist. Mit Figuren ausgestattet wurde die Silbermine von der Firma Hofmann, die bereits einige Attraktionen und Effekte für das Phantasialand produziert hat. Hierzu gehören unter anderem die Scala, die Hollywood-Tour, der Octovusi und das verrückte Hotel Tatüff. Und auch außerhalb des Phantasialandes sind hier sicher schon mal Figuren oder Effekte von Hofmann begegnet. Insgesamt waren auf der 307 Meter langen und zehn Minuten in Anspruch nehmenden Strecke der Silbermine 120 computergesteuerte Animatronics zu sehen. Es wurde ein Raum von ca. 36.000 Kubikmetern umbaut. Wenn du die Silbermine kennst, kommt dir bestimmt dieser Ausschnitt bekannt vor. Was man am Anfang der Fahrt hören konnte, stammte aus der Feder von Ennio Morricone, der die Soundtracks zu weltbekannten Filmen wie Spiel mir das Lied vom Tod, In the Line of Fire, Django Unchained und The Hateful Eight komponiert hat. Für Letzteren gewann der damals fast 90-jährige italienische Komponist sogar einen Oscar in der Kategorie Beste Filmmusik. Der Soundtrack aus der Silbermine heißt La Reza dai Conti und stammte aus dem Film für ein paar Dollar mehr, der den zweiten Teil der Dollar-Trilogie von Sergio Leone darstellt. Die beiden anderen Teile heißen für eine Handvoll Dollar und zwei glorreiche Halunken. Erwähnenswert ist außerdem, dass der italienische Name des Liedes gleichzeitig der italienische Name eines im Jahr 1966 erschienenen Westernfilms ist, den wir hierzulande unter dem Titel Der Gehetzte der Sierra Madre kennen. Im Gegensatz zu modernen Themenfahrten gab es in der Silbermine keine spezielle Storyline. Sie bestand eher aus Szenen, die nur am Rande etwas miteinander zu tun hatten und in erster Linie den Alltag von mexikanischen Bergarbeitern dargestellt haben. Hierbei kamen Effekte wie ein rotierender Tunnel und ein einstürzender Stollen zum Einsatz, deren Verkleidungen im Jahr 2001 als Folge der Brandschutzmaßnahmen jedoch entfernt wurden. Aber bevor wir uns in oberflächlichen Schilderungen verlieren, zitieren wir lieber einen Originaltext vom Phantasialand aus dem Jahr 1984. Sie fahren durch ein Silberbergwerk mit dazugehörigem Bergarbeiterdorf. Lernen Sie das Leben der mexikanischen Arbeiter kennen, erleben Sie, wie gearbeitet und gefeiert wird. Selbst die Banditen behalten beim Überfall auf das Dorf keinen klaren Kopf und haben auch bei der Eroberung des Fords, in welchem der Silberschatz vom Militär bewacht wird, einige Schwierigkeiten. Sie werden zahlreiche Überraschungen erleben, aber erschrecken Sie nicht, wenn plötzlich die Mine über Ihnen einstürzt. Punkt 5. Geografische und historische Einordnung. Die Geschehnisse der Silbermine spielten sich im zerklüfteten Gebirge von Tucson ab. Im US-Staat Arizona, der im Süden an Mexiko und im Nordosten an Colorado grenzt, gibt es eine Stadt namens Tucson, die eine Bergbauvergangenheit aufweist. Geografisch macht die ganze Sache Sinn, denn auch der Grand Canyon und der Colorado River gehören zu Arizona. Und wie wir wissen, befanden sich von 1996 bis 2001 mit der Grand Canyon-Bahn, der Silbermine und Colorado Adventure drei entsprechende Attraktionen gleichzeitig im Phantasialand, die darüber hinaus um die Westernstadt Silver City herum gebaut wurden. Die Bergbaugeschichte in Mexiko reicht mehr als 500 Jahre zurück. Noch heute zählt das Land zu den größten Metall-Erzproduzenten der Welt und ist für seinen Silberbergbau bekannt. Im Laufe der Jahrhunderte wurden in Mexiko über 283.000 Tonnen Silber gefördert. Dies führte auch zu einem regen Silberkunsthandwerk. Da haben sich die Animatronics aus dem Phantasialand von 1984 bis 2014 doch ganz schön angestrengt, oder nicht? Das waren 5 Fakten über die Silbermine. Wenn ihr euch die Themenfahrt nochmal zu Gemüte führen wollt, empfehlen wir euch unser am 29. September 2014 hochgeladenes OnRide, das eine ihrer letzten Fahrten zeigt. Wir haben es zusammen mit unserem Video 5 Fakten über die Westernstadt Silver City in den Kommentaren verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal, eure Phantasialand-Infos.